. 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 ergebe dann hat er nur hunger war ja dann gehen wir die noch klatschen ich mach pappel kälte jetzt und wenn dann morgen 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 so die sind noch schnell weg ich meine die nachbarn da die sind noch schnell weg wieso schnell weg ja aber wir sollten uns jetzt wirklich mal auf dem baseball konzentrieren von den tieren die sind wahrscheinlich bis jetzt die besten auf dem server es geht ja eh nicht um die tiere eigentlich was bringt das eine mega base ja okay am ende schon aber aus bugs und kiralis links reaktion würde schließen dass wir bis jetzt die besten tiere und das haben wir sogar noch besser als die gesehen weil wir haben ja bis jetzt auch so gesagt sieht richtig gut aus was jeder macht und so ja das ist nicht so gut und seine verrext ist tot hast du schon genügend ja dann suchen wir kleinen anderen ich habe nicht genügend weil die das aus ihm weil sie jetzt wahrscheinlich gegessen hat und ist jetzt weg wie das zeug war doch in ihm drin die hilfe davon und dann wurde hast du ihn grad geteilt und dann wurde er getötet oder was nein er ist tot er ist nicht mehr da er lag noch würde ich mal sagen wenn ich dann hätten wir eine melde bekommen ne der liegt doch da noch rum wo äh der ist doch vorhin ausgestanden meines so jetzt dann 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 sich es 6 Fuck! Was? Das ist ein richtig Alpha-Geeker. Ein Alpha-Geeker? Nein, was für Slow-Mo! Oh mein Gott! Scheiße! Ich nenne das die Damage-Zahlen des Graus. Ich nenne das die Damage-Zahlen. Ich könnte das Gleiche mit. Ich würde dich nicht mehr nachvollziehen. Ich könnte das Training übernehmen, muss ich nicht mehr auf die Seite sein. Ich würde nicht um die Seite des Gewaltes gegenwärterliche Geräusch-Zahlen. Ich würde einen Namen nicht mehr über den Umlauf nachkauen. Da fließt er, hat ihn getötet im Slow-Mo! Ja logisch, umso länger, so geht weiter, alles klar, es tut jetzt alles auf die, äh, ich mache halt so schnell wie möglich Raketenwerfer, du schießt dann, ich tanke es, oder? Mache ich da auch noch irgendwas falsch? Auf jeden Fall, die sind hier und tanken sollten, ich weiß ja nicht, wer mit denen ist. Hey, ich mach doch nicht mit denen, wir nehmen nur einen Affe mit und, äh, ein, äh, Giga und da machen wir einfach den besten Sattel drauf, oder? So hättest du. Der Giga enraged ja. Ja, aber der kriegt ja recht zu wenig Damage. Wir haben nur noch Level 59er Giga. Ja und, der hat doch genug Leben, oder? Ja, ich schon. Ich meine, ich weiß es jetzt nicht, aber ich denke mal schon. Wir brauchen, kannst du gerade noch ein bisschen, äh, hier, Therapien fahren? Ähm, guck mal in die Tiere, da müsste auch irgendwo was drin sein. Ja, hier, 400 Sats. Ja, hier, 400 Sats. Ja, hier, 400 Sats. Ja, hier, 400 Sats. Tobi. Ja. Machst du noch ein Dingens? Mach ein, äh, Merse. Kannst noch ein machen? Okay. Ja, hab ich auch noch ein Gummah. Oh, ich brauche keine Da noch einen Oh, noch kurz Benzin Schön Mach doch Ich weiß nicht, ich tu es doch so Ich brauche noch kurz mehr Holz Bring ich gerade Ja, klar Wie lange ist es noch? Warte, Stunde Hier ist Kinex, ich lasse hier Holz, hab ich hier gedacht Jo, Alter, der hat auch keine Arbeit, oder? Wer denn? Er schreibt immer zu früh Hast du Chat aus, oder was? Ja Haha 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 Ja Ja Das 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 Okay. Okay. So I have done a stone. Is it a stone? Or? What the fuck? I got it. kannst du schon mal den besten sattel machen ich verstehe nicht was du meinst ja halt ein giga sattel einfach und dann upgraden oder wie ja das wird aber was kosten ich hatte noch irgendwo ein giga sattel der war gut also von dem toten liga ich hab doch hingelegt worden ist ich habe ihn ich habe ihn wer viele armer ich brauche feilbar gehen wir feilbar fahren Nein, ich geh einfach ab Warte, wir haben doch diese richtig gute... hier Was denn? Ich hab ne 550 Damage Als ob warst du die denn? Keine Ahnung Ich hab eine mit 300 raus Lass mich bloß in Ruhe Will ich nur fahren, du Nein, jetzt fehler ich dann schon Lass mich stecken Wir brauchen noch mehr Kerati Lass mir den Track nicht so weit hinten stehen, das ist ein geiles Tier Warum brauchen wir mehr Kerati? Wir haben doch 100 Cementer aus Das müssen doch für 2 Raketen rechnen, wir brauchen nur 2 So, willst du nur 2 mitnehmen? Ja, musst du rechnen 4 wären schon gut, falls wir mal... Keine Ahnung, falls eine Turret oder so abfängt Ich werde ja nicht schießen, bevor die Turret nicht hergetankt sind Ich glaub nicht, dass er viel money hat, der Typ Oh, ich weiß nicht, ob wir darauf warten sollen Ja, wir haben 4 Dann nimm raus Ich muss erst mal mein Ding jetzt... den Sattel vergessen Ich muss erst mal mein Ding jetzt... den Sattel vergessen Was denn das Räsen Wtf? Wtf? Noch mehr? Ja, noch viel mehr 4 Die wollen noch 700 Metaile und 3.500 Teile Die wollen noch 700 Metaile und 3.500 Teile Lohnt sich nicht, oder? ich weiß nicht also für die kann er denken da machen wir noch eine stufe und dann passt die nächste stufe müsste auch die letzte sein wir haben ja genug metal 200 lustungen müsste schon gut sein selbst wenn jemand reinkommen würde und jetzt uns rein wollte hätten wir glaubt gut genug tierer um den abzuwehren ja du kannst nicht verändern dass er den base aufschließen können wir nicht noch ein ding zwar machen wir noch raketen ja wir bräuchten halt mehr zement dafür ist noch ein bisschen nimm du dein auf dem schnittiger ich habe gerade gedacht und kommst du muss einfach nur unterspringen dass ich was bei deren base da unten seinen gröner was hab eis level 520 oh lecker dann brauchen wir aber den track aber den track nach ganz da unten oder willst du jetzt mit dem track und dann ganz außen rum wieder hoch nee komm lass es nicht machen ich komme nicht hoch was denn wollen wir dann los besser wenn die tiere mich nicht anwesend einfach kommt doch hinterher ich kann die tiere doch nicht packen ich bin voll auf den stein du bist viel zu weit gesprungen guck das ist das problem was ist denn das problem du hast mich was angreift selber was hast du gekillt selber nee lauter mit halt alle oder sowas das spiel ich schon langsam da hinten ist ein dingster darf man lieber nach links boah der der saber fackt dem wasser voll ab man der ist richtig schnell ich hoffe hier kommt jetzt kein blitz da ist ja noch ein viel das ist sogar ein giga da sind zwei gigas aber einer ist halt prime ich muss ja gerade noch was kill ne ich raff mich an ach das wird jetzt dauern ich weiß auch was guck mal der hat sie lol die verlieren einfach je fell wenn sie low life sind deswegen sieht man das aus das war gar nicht meine absicht doch das war aber meine absicht meine absicht war eigentlich dass du ihn kürzt ja der hat zwei millionen leben weißt wie lange es dauert der ist gestaunt das waren aber keine zwei millionen das waren zwei millionen du machst die ganze zeit 28.000 damage was denkst du was zwei millionen sind äh Untertitelung des ZDF, 2020